Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Guten Tag, liebe Hörer, wir haben den 14. Januar 2024. Dies ist erst die zweite Sonntagsrunde in diesem Jahr und schon arbeitet der Kontrafunk mit Volldampf. Unsere große, ja, die bislang größte Werbekampagne geht los. Und Sie können sich darin beteiligen. Denn was wären wir, was wäre unser Programm ohne Sie, liebe Hörer, ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, ganz egal ob mit kleinen oder großen Beträgen. Der Kontrafunk ist Ihr Radio, das Radio der bürgerlichen Mitte, das Radio des gesunden Menschenverstands und ein Fels der Meinungsfreiheit und des lebendigen Pluralismus. Das sieht auch Andreas Kollmann aus Heidelberg so und deshalb hat er die finanzielle Patenschaft für diese Sonntagsrunde übernommen und statt der üblichen Werbeansage sage ich an dieser Stelle einfach Danke. Herr Kollmann wünscht dem Kontrafunk eine weiterhin steigende Hörerzahl. Und um diesen Wunsch wahrzumachen, gibt es jetzt neue Hilfsmittel. Dazu gehören in erster Linie Plakate. Der Kontrafunk soll sichtbar werden im öffentlichen Raum. Wenn Sie Ladenbesitzer sind oder wenn Sie einen Ladenbesitzer kennen, den Sie fragen würden, ob er unsere neuen Kontrafunkplakate aufhängt, dann bestellen Sie die doch gleich in unserem Shop auf kontrafunk.radio. Wir haben Plakate in den Formaten A2 und A3 auf Papier gedruckt, sowie in wetterfesten Ausführungen aus Vinyl und Polyester. Es gibt Großausführungen in hoch und quer und für Autobesitzer oder auch für Lkw-Fahrer gibt es kleine und große Klebefolien. Alles mit dem Slogan, frei von Lügen, Humbug und Gedudel, das Qualitätsradio für anspruchsvolle Hörer. Wir haben auch riesige Transparente für Demos und Bauzaunbanner. Also wo immer Sie eine Möglichkeit finden, den Kontrafunk zu bewerben, bitte ordern Sie unser Material. Wir geben alles zum Selbstkostenpreis ab. Wichtig ist nur, dass viele Menschen unseren Namen und unsere Internetadresse sehen. Und ich sage Ihnen noch was, das Sehen allein reicht nicht. Die Menschen sehen überall Reklame, in Zeitungen, auf Plakatwänden, im Internet. Und jeder Werbefachmann weiß inzwischen, diese herkömmlichen Formen wirken immer weniger. Was dagegen zählt, ist der Community-Aspekt. Und da ist der Kontrafunk ganz groß, denn Sie wissen ja, der Kontrafunk verbindet Menschen. Also machen Sie die Werbung dort, wo Sie auf Gleichgesinnte treffen, auf Veranstaltungen, auf Tagungen und Kongressen, in Kneipen und Cafés. Auch wenn dort fast alle Leute den Kontrafunk schon kennen. Es gibt immer noch ein paar, die es nicht mitgekriegt haben. Dafür haben wir unsere Programmprospekte und ganz kleine Aufmerksamkeitserreger im Visitenkartenformat. Bitte bestellen Sie auch die und verteilen Sie, was das Zeug hält. Dann haben wir bis zum Sommer nochmal 30% mehr Hörer. Das ganze Angebot finden Sie unter shop.kontrafunk.radio. Unser Lager ist voll und die Versandabteilung hochmotiviert. Also, jetzt geht's los mit der Sonntagsrunde. Dazu begrüße ich den Schriftsteller und Publizisten Klaus-Rüdiger May, die Schriftstellerin und Publizistin Cora Stephan sowie den Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler Ulrich Vosgerau. Ja, ich habe gerade unsere Werbemaßnahmen aufgezählt und eine der allerwichtigsten und wirksamsten muss ich noch nachtragen. Das ist unsere PR-Abteilung namens Korrektiv, Deutschlandfunk, Der Spiegel, Die Welt und so weiter. Denn, liebe Hörer, es ist doch klar, ohne das sinistre Treiben dieser Kollegen wäre der Kontrafunk bei weitem nicht so erfolgreich. Diese Verleumdungsschleudern in den Regierungsmedien erbringen ja ständig den Beweis, wie wichtig der Kontrafunk ist. Jüngstes Beispiel ist eine Konferenz in Potsdam, die in den letzten Tagen von der gesamten Mainstream-Presse augenrollend und in gleichlautenden Worten skandalisiert wurde. Inhalt ungefähr, die AfD will, sobald sie an der Macht ist, Millionen Mitbürger deportieren. Das wurde angeblich bei einem Geheimtreffen besprochen, dass clevere Agenten des regierungsfinanzierten Denunziationsportals korrektiv belauscht haben wollen. Jetzt frage ich zuerst mal Klaus-Rüdiger May, der ja auch Dramaturg ist oder zumindest war. Das Ganze sieht ja nach einer tollen Inszenierung aus. Also, Klaus, großes Theater. Naja, eher Schmiere, oder? Weil eine große Inszenierung bedarf auch eines großen Themas und eines großen Stoffes und eines großen Textes. Und ich sehe nichts davon in dem Ganzen. Natürlich hat korrektiv so ein bisschen versucht, dilettantisch schon mal Theater vorzuarbeiten, in denen es seinen Bericht in Akte unterteilt hat. Nur diese Akte haben keinerlei narrative Konstanz. Das heißt, man merkt auch, man versucht etwas hochzupuschen. Und jeder, der ein wenig gerade ausdenkt und jeder, der weiß, wie Verschwörungstheorien funktionieren, ist eigentlich nur pikiert und sagt, Leute, könnt ihr es nicht wirklich besser? Also, was da vorgefallen ist, das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen in der Tiefe erörtern. Unter anderem mit jemandem, der dabei war. Aber vorher noch ein bisschen zur medialen Aufbereitung. Mir ist aufgefallen, das Ganze liegt ja erstmal schon eine Weile zurück. Es war im November, nicht wahr? Und es ist ja schon auffällig, dass das so eine lange Zündschnur hatte. Also, dass man das jetzt bringt, was man im November schon weiß, ist relativ unüblich, journalistisch betrachtet. Es sei denn, man hat was Besonderes damit vor. Mein erster Gedanke war, die warten erstmal Silvester ab. Ja, könnte ja sein, dass Silvester in Berlin jetzt nie so lustig wird. Und alle hatten ein bisschen Angst davor. Und dann wäre vielleicht das verdeckt worden oder auch ein Rohrkreppierer geworden. Und die andere Sache ist, Cora Stephan, wir haben gerade über Theater gesprochen. Es wird ja nun wirklich auf die Bühne gebracht. Das Berliner Ensemble hat verkündet, in Zusammenarbeit mit dem Wiener Volkstheater, daraus irgendwie ein Stück zu machen. Am 17. Januar soll das losgehen. Jetzt weiß man ja, wie viel Vorlauf solche Kooperationen brauchen. Also mit dem Wiener Volkstheater und Berliner Ensemble und so weiter. Also die haben das eine ganze Weile schön behutsam zusammengekocht, oder? Ich denke, das erklärt alles. So eine Inszenierung braucht so ihre Zeit. Wobei ich mich dann wundere, dass sie alle ganz still gehalten haben und das nicht schon vorher irgendwie durchgesuppt ist, diese ganze Sache. Das ist ein solcher Kinderkram. Du stehst fassungslos da und sagst, habt ihr keine besseren Argumente? Habt ihr überhaupt Argumente? Ich kenne das ja in viel bescheidenerem Ausmaß natürlich von einem Wikipedia-Eintrag über mich. Da steht dann drin, um zu zeigen, dass ich zu den neuen Rechten gehöre, dass ich mal in der Bibliothek des Konservatismus aufgetreten sei. Das ist von einer Art und Weise doof, dass man sich eigentlich schon fast wieder schämt. Ihr wart doch mal intelligenter, ihr Linken. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist intellektuell wirklich unter jedem Niveau, meine Güte. Natürlich wird über Remigration geredet. Aber dass das Ganze in einer Villa stattfand, die an irgendeinem See steht, ich glaube es ist der Leninsee, das heißt ja doch nicht, dass es mit der Wannsee-Konferenz zusammenhängt. Wie kommt man auf sowas? Das ist sowohl dumm als auch bösartig. Ja, also so steht es im Artikel. Das Haus, in dem das stattgefunden hat, diese schlimme, schlimme Konferenz, ist ja auch nicht weit von der Wannsee-Villa, also dieser Art von raunenden Verbindungen. Aber es ist schon erstaunlich, dass bis hin zu bislang ja doch ganz ernstzunehmenden Medien, wie zum Beispiel der Welt, alle ins gleiche Horn tuten, als ob die nur darauf gewartet hätten. Das haben wir doch schon öfter erlebt, dass plötzlich ins gleiche Horn getutet wird. Was ich auch interessant finde, ist das Stricknuster ist immer das Gleiche. Die Begriffe und Pejorationen, die benutzt werden, die Verleumdungen, die benutzt werden, sind immer die gleichen. Im Grunde muss man ja immer nur ein neues Ereignis einspeisen und das Rest macht dann vielleicht das korrektiv eigene Chat-GPT. Aber es passiert nicht wirklich etwas Neues, sondern es wird immer banaler. Und man gibt sich nicht mal mehr die Mühe oder man kann es nicht mal mehr, eine wirkliche Geschichte aus diesen Dingen zu machen. So, jetzt müssen wir uns aber doch, glaube ich, dem Kern der Sache auch mal widmen. Ulrich Vosgerau wurde ja auch zitiert als jemand, der dabei war. Ich nehme an, das stimmt. Der Kontrafunk-Reporter meldet sich aus dem Herzen der Finsternis. Ich war in der Tat dabei. Ich habe alles gesehen. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Ich meine, wir haben das jetzt alles so ein bisschen verkaspert. Aber wenn es denn so wäre, wie es berichtet wird in diesen tollen Medien, nämlich, dass da ein Geheimtreffen stattgefunden hat, bei dem es darum ging, Pläne zu schmieden, wie man Deutsche, also Leute, die den deutschen Pass haben, millionenfach außer Landes treiben, das heißt, deportieren könnte, das wurde ja alles so erzählt, dann ist es ja auch gravierend. Also dann muss man sich ja wirklich fragen, was war da eigentlich los? Jetzt hast du das Wort. Erzähl mal, was war da los? Also mich hat in der Tat auch ein bisschen schockiert, wie eben wirklich praktisch alle Medien und Politiker diese Informationen, die von Korrektiv gestreut werden, jedenfalls zum Schein gestreut werden, denn wenn man die Geschichte sorgfältig liest, dann ist da ja schon aus der Textform selber nicht sehr viel dran, eben als abschließend bewiesen, übernehmen und diese Formulierung übernehmen, also sich nicht davon distanzieren, sagen, die behaupten das, aber wir müssen mal gucken, ob es stimmt, weil es ist ja bekannt, dass Korrektiv jetzt keine unabhängigen Journalisten sind, das sind Aktivisten, die haben politisch etwas vor. Das hat mich auch einigermaßen schockiert, diese scheinbare Gleichschaltung in Medien. Ist es also so, es handelte sich nicht um ein geheimes Treffen, es handelte sich einfach um ein privates Treffen und zwar eines relativ überschaubaren Kreises von Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern, einige davon gar nicht erfolglos, die sich auch schon häufig getroffen haben. Keiner davon hat irgendwie ein politisches Mandat, keiner davon ist irgendwie Mitglied der AfD und dieses Treffen, quasi eine erweiterte Kaminrunde, sollte niemals irgendwie an die Öffentlichkeit ausstrahlen oder sollte den Kurs irgendeiner politischen Partei beeinflussen oder sollte überhaupt bekannt werden. Und dazu waren eben einige Gäste eingeladen, das war eine Bundestagsabgeordnete der AfD, das war ein Landtagsabgeordnete der AfD und das war eben auch ein sehr umstrittener Schriftsteller, Martin Sellner, an den man sonst ja nicht so gut rankommt, weil er ja im Mainstream nicht vorkommt. Also wenn ich zum Beispiel Juli C. kennenlernen will, mit Juli C. könnte ich mein Leben verbringen ohne ihr je begegnet zu sein, weil sie viermal in der Woche in Talkshows ist und das ist ja mit Martin Sellner nicht unbedingt so. Und der hat in der Tat etwas vorgetragen, nichts davon ist geheim. Er macht sich Gedanken darüber, dass ja insbesondere seit 2015, seit dieser großen Grenzöffnung, das haben wir ja schon mal diskutiert, vielfältig rechtswidrig gewesen, nämlich unter Nichtbeachtung der Drittstaatenregelung, des Grundgesetzes, wie auch des Asylgesetzes. Und er macht sich eben Gedanken darüber, wie man diesen sehr großen Personenkreis, es wurden nach meiner Erinnerung keine genauen Zahlen genannt, aber das sind ja schon Millionen, die seit 2015 eingewandert sind, wie man denn den selbstverständlich legal im Rahmen der Rechtsordnung, in Gemäßheit des Grundgesetzes, auch möglicherweise wieder abschieben kann, wobei er nach meiner Erinnerung konsequent eher auf Freiwilligkeit setzen will, denn auf Zwang, bis hin zu dieser Idee, die ich persönlich auch als ein bisschen kurios empfand, nämlich Musterstädte, also nicht etwa Staaten, wie kolportiert wurde, sondern nach meiner Erinnerung Musterstädte, in Afrika einzurichten, also mit dem vielen deutschen Geld, was wir sonst für Entwicklungshilfe ausgeben, da sozusagen Städte mit ganz wunderbaren, idealen Lebensbedingungen einzurichten, wo dann vielleicht abgelehnte Asylbewerber, die bisher in Deutschland sind, ganz freiwillig hinziehen würden. Ich hielte diese Idee allerdings für kurios. Und ganz am Rande spielte dann in der Tat auch noch ein Aspekt eine Rolle, das waren aber, glaube ich, nur zwei Sätze oder so, die er gesagt hat, zwei oder drei, das waren also 30 Sekunden von einer Stunde, wo er dann gesagt hat, naja, man denkt allerdings auch, dass es Staatsbürger gibt, denen also die deutsche Staatsbürgerschaft bereits verliehen worden ist und die dann aber so mangelhaft assimiliert worden sind, dass man sich geradezu wünscht, die müsste man eigentlich auch besser loswerden. Und ihm ist natürlich völlig bewusst, dass es erst mal verfassungsrechtlich problematisch ist, die Staatsbürgerschaft ist im Grundgesetz geschützt. Grundsätzlich kann man Deutsche nicht ausbürgern, das geht in bestimmten Einzelfällen nur, wo speziell bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft etwa getäuscht, betrogen, erpresst oder so wurde. Er hat nun vorgeschlagen, etwas, wozu man aber noch nicht mal das Gesetz oder die Grundgesetze eigentlich ändern müsste. Er hat nämlich einen Vorschlag gebracht, man sollte einfach dieses Konzept der Leitkultur, was ja, glaube ich, von Friedrich Merz mal im Anschluss an Bassam Tibi in die Politik eingeführt worden ist. Also er sagte nicht etwa, dass er Leute abschieben will, die nicht die richtige Hautfarbe haben oder so. Die Hautfarbe spielte gar keine Rolle, sondern er nannte zwei Beispielsgruppen, nämlich Islamisten und Clankriminelle. Und er sagte einfach, man soll also islamistische wie Clankriminelle Umtriebe so scharf verfolgen, dass die Träger dieser Umtriebe sich am Ende überlegen würden. Also entweder wir bleiben so, wie wir sind und dann gehen wir am besten freiwillig in unsere alten Heimatländer zurück, weil das in Deutschland ja nicht auszuhalten ist mit dieser dauernden Verfolgung. Oder aber wir passen uns an und hören eben auf, Islamisten beziehungsweise Clankriminelle zu sein. Dazu muss man vor allem auch noch eins sagen, was ich also besonders zum Kopfschütteln finde. Es gibt ja interessante Koinzidenzen. Es gibt einmal die ganz konkrete Koinzidenz, dieselben Leute, die sich jetzt und hier darüber aufregen, über die Verletzung der Privatsphäre von Robert Habeck, dadurch, dass da eine Menschenmenge kurz mal an einem Schiffsanleger herumstand, die den Minister allerdings nicht zu Gesicht bekommen habe und die dann sagen, dadurch sei jetzt endgültig eine rote Linie überschritten worden, die stören sich jetzt nicht daran, dass reine Privatleute, die keinerlei öffentliches Amt haben, auf einer nicht öffentlichen, rein privaten Veranstaltung mit Kameras und Richtmikrofonen auf einem fremden Privatgrundstück eben verfolgt werden von diesen Leuten. Und dann gibt es ja noch die größere Koinzidenz. Erst unlängst, das heißt im letzten Herbst, so zwischen August und Oktober 2023, haben wir ja eine Riesendebatte erlebt, wo eben Vertreter der Regierungsparteien, wie auch der Union, sich gegenseitig überboten haben, mit immer neuen Vorschlägen, was man alles für Leute abschieben könnte und wie man das forcieren kann und wie man auch deutschen Staatsbürgern die Staatsbürgerschaft wieder wegnehmen kann. Da wurden zum Beispiel Schwerkriminelle genannt, vor allem von Seiten der CDU. Da wurden Antisemiten genannt, die also eingebürgert sind, aber gegen Israel jetzt demonstrieren. Den wollte man auch die Staatsbürgerschaft wieder wegnehmen, sogar mit zehn Jahren Rücklauf, wenn man gegen Israel demonstriert. Das war ein Vorschlag der SPD. Und den Vogel abgeschossen hat ja seinerzeit Nancy Faeser, bereits im August. Die hat nämlich vorgeschlagen, man sollte Angehörige von Plans abschieben, das heißt Personen, denen privat persönlich überhaupt nichts vorzuwerfen ist. Einfach weil sie den falschen Nachnamen haben, sollen die mit abgeschoben werden. Das ist dann wieder in der Schublade verschwunden, weil es selbstverständlich verfassungswidrig ist. Aber das hatte Nancy Faeser vorgeschlagen, da musste man sie gar nicht abhören. Das war eine offizielle Presseerklärung, statt in einer Zeitung. Das heißt, noch im August war Nancy Faeser sehr viel rechtsradikaler als Martin Sellner. Das hat aber nicht zu einem Aufschrei in der Presse geführt. Ich erinnere mich daran und ich erinnere mich auch, dass Nancy Faeser, glaube ich, damals von Hans-Georg Maaßen in die Schranken gewiesen wurde, der dann sagte, sowas ginge nun eben gar nicht. Jetzt muss ich allerdings dich, Uli, in die Schranken weisen, denn du hast mehrfach den Begriff Clankriminelle ausgesprochen und ich möchte doch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das rassistisch ist. Es gibt eine Studie der TU Berlin, die kam diese Woche raus. So eine Studie kostet einiges. 660.000 Euro hat sie gekostet in dem Fall. Hat drei Jahre lang gedauert. Drei Jahre lang wurde da geforscht. Die haben biografische Interviews geführt in Shisha-Bars mit Clankriminellen, hätte ich jetzt fast gesagt, also mit Clan-Mitgliedern, die eben auch möglicherweise kriminell sind. Also herausgekommen ist, es ist rassistisch. Die Clankriminellen werden deswegen kriminell, weil sie von der deutschen Gesellschaft irgendwie schlecht behandelt werden, von der Polizei natürlich. Also der Forscher, sein Name ist Pelzer, der das also aufgebracht hat, der sagt, Polizeiverhalten wird als stigmatisierend erlebt von diesen Herrschaften, den sogenannten Clankriminellen. Ich finde Polizeiverhalten auch manchmal stigmatisierend. Ja, Cora, auch? Ja, ich finde es auch manchmal stigmatisierend. Also wirklich. Kaum steht man mal zwei Minuten ganz unschuldig mit dem Auto irgendwo, wo man nicht stehen soll und schon ist jemand da. Ich glaube, das sehen Sie vollkommen falsch. Es kommt ja nicht darauf an, was geschehen ist, ob ein Gesetz gebrochen worden ist oder nicht. Es kommt darauf an, wer es getan hat. Also man muss da schon den Klassenstandpunkt einnehmen. Also es ist ja jetzt heraus, definitiv auch der NDR hat es zugegeben, dass es den Versuch des Fährensturms ja nie gegeben hat. Eben. Und sobald das einmal raus ist, schreiben all die Leute, die bisher die Leute da angegriffen haben, schreiben, ja, darauf kommt es ja gar nicht an, ob es den überhaupt gegeben hat. Ist ja auch so schlimm genug. Genauso wie die Süddeutsche Zeitung, nachdem sie nicht nachweisen konnte, dass Aiwanger dieses Kinderflugblatt geschrieben hat, auch prompt geschrieben hat, ja, darauf kommt es ja gar nicht an, alles Übrige. Es wird mit größter Sicherheit in wenigen Wochen ohne Zweifel feststehen, dass auf dieser Potsdamer Versammlung nichts gesagt worden ist, was irgendwie rechts- oder verfassungswidrig wäre oder was gar verboten wäre, weil wie gesagt Martin Sellner selbst mit seinen kühnsten Vorstellungen hinter Nancy Faeser und auch CDU-Politikern weit zurückgeblieben ist. Aber sobald das mal ganz raus ist, werden natürlich dann alle sagen, ja, darauf kommt es ja gar nicht an. Es reicht schon, dass er im Zimmer gewesen ist. Die Tat ist dem Täter zuzutrauen und alles andere erübrigt sich. Also Beweiserhebung muss man dann natürlich nicht mehr machen. Das ist völlig klar. Also die Tragkraft von Argumenten ist ja ganz grundsätzlich sehr eingeschränkt. Und das hat ja schon Lessing im Nathan dem Weisen gibt es ja diesen berühmten Satz, tut nichts, der Jude wird verbrannt. Also was immer für Argumente überhaupt gesagt werden, es tut nichts, wir bleiben dabei. Ein Muster, das wir ja bei eigentlich allen großen Themen dieser Zeit erleben. Also Waldsterben, ich erinnere mich noch, als es dann deutlich wurde, dass der Wald nicht stirbt, sondern im Gegenteil, sehr zunimmt, stark wächst, hat es dann geheißen, ja, das ist ja auch ein Beweis für das Waldsterben. Also gerade, dass die Bäume so krank sind, führt dazu, dass sie jetzt Angsttriebe ausbilden. Oder Klima, also wenn es sehr warm ist, ist Klima, wenn es sehr kalt ist, ist Klima, wenn es so mittel ist, ist auch schlecht, ist alles ein Beweis für die Katastrophe. Also tut nichts, wir bleiben einfach dabei. Wir haben das ja auch politisch, ganz klar. Also du kannst stundenlang darauf insistieren, dass der Täter von Hanau nicht vor allem ein Rechtsextremer war, sondern ein psychisch gestörter Mensch. Aber das hilft nichts. Es steht da, ein rechtsextremer Mensch hat in Hanau gemordet. So, Chemnitz, genau das Gleiche. Natürlich gab es also einen deutschen Mob, der Migrationshintergründe verfolgt hat. Das kriegst du nicht mehr weg. Es wird wiederholt und wiederholt und wiederholt, selbst wenn wir mittlerweile alle wissen, dass nichts dergleichen passiert ist. Was wir aber beobachten können, ist ja, und ich glaube, das ist ja die eigentliche Frage, die dahinter steht und die man auch stellen muss. Zumindest beobachte ich, dass eine zunehmende Orchestrierung in Medien, und dazu gehört jetzt auch die Saga von Korrektiv dazu, die darauf hinausläuft, dass es ganz notwendig ist, jetzt endlich das Verbotsverfahren gegen die AfD in Gang zu bringen. Und die Forderungen, die AfD zu verbieten, höre ich in letzter Zeit in zunehmender Schlagzahl, in immer höherer Frequenz. Und das ist das, worauf es hinausläuft, und es läuft deswegen darauf hinaus, weil die Regierung nicht in der Lage ist, ein einziges Problem zu lösen, im Übrigen Probleme, die sie selbst erst verursacht haben. Und selbst ihr Versuch von Problemlösungen führt noch zu viel größeren Problemen, weil sie gegen die Realität Politik machen. Und wer gegen die Wirklichkeit Politik macht, weil die AfD ist ja nicht der eigentliche Feind. Der eigentliche Feind ist die Wirklichkeit, weil zwei plus zwei nun mal vier und nicht acht ist. Und das ist das ganz große Problem, was dahinter steht. Und ich merke, und ich habe es neulich auch geschrieben, ich habe nicht das Gefühl, dass die Bürger oder sich das Volk radikalisiert, ich habe das Gefühl, dass sich die Regierung radikalisiert. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, einfach weil ich als Moderator bestrebt bin, in diesem Fall, weil es ganz wichtig ist, dass wir hier Klarheit schaffen, etappenweise Summen zu bilden. Und an dieser Stelle frage ich jetzt Ulrich Vosgerau nochmal und appelliere auch an ihn als Organ der Rechtspflege, das ist er ja als Rechtsanwalt. Deines Wissens wurde nichts verfassungsfeindliches geäußert auf dem Treffen, ja? Nein, es wurde nichts verfassungsfeindliches geäußert. Wenn etwas geäußert worden sein sollte, was verfassungswidrig, verfassungsfeindlich wäre, wäre das per se übrigens auch noch kein Problem, denn ich darf durchaus öffentlich verfassungsfeindliche Dinge äußern. Ich kann durchaus sagen, Frauen dürfen keinen Führerschein mehr machen, weil die können bekanntlich nicht einparken. Das darf ich auch in einer privaten Versammlung sagen, das ist ja keine Straftat oder gargleichen. Nur der Staat dürfte sich dann nicht danach richten, das ist aber auch nicht der Punkt. Aber solange ich im Raum war und mitgehört habe, ist da nichts gesagt worden. Es ist noch nicht mal was gesagt worden, wofür man die Verfassung ändern müsste. Wenn man jetzt in Vorschlag bringt, Leute, die Militant gegen Israel demonstrieren, denen wird die Staatsbürgerschaft wieder weggenommen, dann müsste ich ja die Verfassung ändern vorher. Das ist zwar denkbar, aber ändern müsste ich sie. Aber sowas hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, die Clankriminellen, die Deutsche sind, die naturalisiert sind, die sollen so scharf verfolgt werden, die sollen so unter Druck gehalten werden, bis sie sagen, entweder ich höre auf, Clankrimineller zu sein oder ich gehe in meine Heimat zurück, da ist der Verfolgungsdruck nicht so hoch. Nee, also nach meiner Erinnerung ist nichts gesagt worden, was der Verfassung widerspricht. Auch insbesondere Worte wie Vertreibung, Deportation nicht gefallen. Und es ging auch nicht um eine zwangsweise Entziehung der Staatsangehörigkeit, nach meiner Erinnerung. Und es ist gut, dass du sozusagen die Messlatte auch nochmal erörterst, denn natürlich darf man Sachen sagen. Ich meine, selbst im öffentlichen Raum, ich erinnere mich an viele Aussagen, die jetzt auch im Netz leicht zu finden sind, von dieser unsäglichen, wie heißt sie, Ulrike Herrmann, eine wirklich militante Linksgrüne, die auf einen Systemumsturz hinweist und von jedem Rednerpult herab, wo sie es nun kann, erklärt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung also aufgehoben werden muss. Einfach weil das Klima und alle anderen Ideen, die ihr durch den Kopf gehen, wichtiger sind. Also insofern ist die Verfassung ja auch sehr nachsichtig mit Narren, sage ich mal. Die permanente Ausrufung des Notstands, das ist schon eine sehr, sehr geschickte Strategie und die hat auch schon immer funktioniert. Wenn du sagst, die Menschheit ist betroffen oder wir gehen alle unter oder wir sterben alle, der Wald stirbt, was weiß ich auch immer, hast du ein Thema, das sozusagen nicht in Parteien runtergebrochen werden kann. Das ist ein Menschheitsthema und mit dem Punkt, das tue immer, das haben die Grünen sehr, sehr früh begriffen, sag, es geht hier um die Welt, die Menschheit und dies und jenes und überhaupt und schon kann man dir nicht mehr widersprechen, denn das ist der Notstand, vor dem jeder zurückschreckt, natürlich. Und deshalb müssen wir hier alle das Klima retten, ob das Klima sich retten lässt oder nicht, ist dabei scheißegal. Das ist genau der Punkt, an dem man im Grunde das Prinzip der Parteiendemokratie in die Tonne getreten hat. Mich würde ja jetzt mal eins interessieren, da das AfD-Verbot, also der Wunsch danach, ganz erkennbar im Hintergrund dieser Aktion steht und da wir ja wissen, dass die AfD immer größeren Zulauf bekommt, was glaubt ihr, ist das realistisch, werden sie es versuchen und wenn sie es versuchen, vielleicht erst mal Frage an Ulrich Vosgerau, damit wir da rechtliche Aufklärung bekommen, über die Möglichkeiten überhaupt solches zu tun, wenn sie es denn versuchen, wie geht das dann technisch vor sich und dann aber bitte, was glaubt ihr, was dann passiert? Also diese Aktion von Korrektiv, die hat erkennbar das Ziel, das wird ja auch den nachgelieferten Äußerungen unter anderem auf sozialen Netzwerken der Korrektivleute ganz, ganz deutlich, Sinn der Aktion ist, die Beantragung des AfD-Verbots beim Bundesverfassungsgericht zu erzwingen. Gleichzeitig denke ich, dass die Aktion zur Erreichung eben dieses Zweckes ja völlig ungeeignet ist, das haben die wahrscheinlich zu wenig durchdacht, denn die AfD ist hieran ja gar nicht beteiligt. Es handelt sich bei diesem rein privaten Treffen, das auch schon öfters stattgefunden hat in einem kleinen Kreis eben, um ein Treffen von reinen Privatleuten, die in keiner Verbindung zu der AfD stehen oder jemals gestanden haben und es waren zwar einige AfD-Leute zu Gast, also wie gesagt, ein Bundestagsabgeordneter, eine Landtagsabgeordnete und der Assistent von Frau Weidel, aber ich meine, ein Assistent, ein Mitarbeiter hat schon per Definition eigentlich nichts zu sagen. Es waren da ja keine Vorstandsmitglieder von irgendwelchen Landes- oder Bundesebenen da. Es ist einfach die Beziehung zur AfD nicht gegeben und deswegen, was immer da gesagt worden ist oder nicht gesagt worden ist und es ist ja nichts Schlimmes gesagt worden, das würde zu einem AfD-Verbot gar nichts beitragen können. Ich denke aber eben, dass es vermutlich zum Versuch des AfD-Verbots kommen wird. Ganz einfach, weil alles andere ja bereits durchprobiert worden ist. Man hat ja vermutet, dass man mit dieser großen Dominanz in den Medien, vor allem in den Öffentlich-Rechtlichen, die AfD wieder herausbekommt aus den Landtagen. Das hat ja überhaupt nicht geklappt und vermutlich geht es schon ab Oktober diesen Jahres los, nämlich im Anschluss an die drei Landtagswahlen im September, die absehbarerweise zu Ergebnissen führen werden, über die sich die etablierten Parteien vermutlich sehr erschrecken. Und dann geht es los. Das ist ein längeres Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht. Ich schätze, das wird mindestens zwei Jahre dauern und es ist schon zu sehen, dass man daran arbeitet, sozusagen an einer Überarbeitung der bisher hergebrachten Maßstäbe, die wir eben kennen aus den sehr alten Verfahren, aus dem SAP wie aus dem KPD-Verfahren aus den 50er Jahren und dann eben die neueren Maßstäbe aus den beiden NPD-Verfahren. Das ältere NPD-Verfahren gibt nicht viel her von 2013, weil die da nicht weit gekommen sind, nachdem sie herausgefunden haben, dass die NPD eigentlich nur aus Spitzeln bestand, aus V-Leuten. Das zweite NPD-Verfahren von 2017, das ist schon viel substanzreicher und da sind ja die heutigen Maßstäbe formuliert worden. Es ist übrigens auffällig und kein Zufall, das Korrektiv dem Martin Sellner genau sozusagen denjenigen Wortlaut in den Mund zu legen versucht, den er hätte sprechen müssen, um die Verfassungsfeindlichkeitskriterien des NPD-2-Urteils mustergültig zu erfüllen. Das hat er aber so nicht gesagt. Also das ist der Versuch, nur eben mit dem Schönheitsfehler, dass der Martin Sellner ja auch mit der AfD nichts zu tun hat. Aber ich denke, den Versuch wird es geben und man arbeitet daran, jetzt diese Kriterien quasi auszuwechseln und zu sagen, also da gibt es politische Bestrebungen, darüber werden jetzt Gutachten verfasst, dass man quasi sagt, ja, wenn man das Verbot einer Partei, die Verbotsmöglichkeit davon abhängig macht, ob man in ihrem Parteiprogramm oder in den Äußerungen ihrer führenden Vertreter, ob man da irgendwelche direkt verfassungsfeindlichen Sachen findet, dann hätte ja letztlich die Partei es selber in der Hand nicht verboten zu werden, indem sie einfach darauf verzichtet, in ihr Programm verfassungsfeindliche Sachen reinzuschreiben und ihre Funktionäre davon absehen, verfassungsfeindliche Sachen zu sagen. Und deswegen versucht man da so ein bisschen umzustellen, da merkt man jetzt die geistigen Vorbereitungshandlungen. Das ist ja auch nicht falsch. Also grundsätzlich würde ich ja sagen, Papier ist Papier, aber an ihren Taten sollte er sie erkennen. Also grundsätzlich. Ja, die Taten natürlich. Aber vielleicht ist die AfD doch auch längst unterwandert. Also das ist ja nur auch eine Deckmöglichkeit. Man arbeitet, glaube ich, daran, dass man sagen will, verfassungsfeindlich ist dann jemand, wenn die Rechtsradikalismus-Experten, so jemand wie Matthias Quendt, der ja vorher mal PDS-Mitarbeiter wohl war und der gesagt hat, die Bauern dürfen durchaus demonstrieren, aber nur, wenn sie Regenbogen fahren, mit sich führen und das Ganze unter das Motto Kein Bock auf Nazis stellen. Also wenn der sagt, ich durchschaue die Schiffrennen, auch Remigration, ja, da spricht der Sellner von Remigration und dann wird ihm gesagt, ja, das ist eine Schiffre für die Entrechtung und so. Ne, ist es ja gar nicht. Remigration ist ja nur die Gegenthese von Migration. Gut. Du hast gesagt, also die Kriterien werden überarbeitet. Wenn das losgeht, geht es nach den Wahlen los. Dann ist das so ein bisschen ein Wettlauf. Also die AfD wird stärker und stärker durch diese ganzen Bestrebungen und die müssen aber mit ihren Verbotsfantasien irgendwie früher ankommen, bevor die AfD die Macht im Lande bekommt. Das sieht ja zumindest in manchen Ländern danach aus. Diese Aktion von Korrektiv, die steht ja vor dem Hintergrund, dass die schier verzweifelt darüber sind, dass sie sagen, das Verbotsverfahren hätte vor zwei Jahren begonnen werden müssen, dann wäre es jetzt in der Zielgerade. Darüber verzweifeln die. Und was glaubt ihr, um jetzt mal auch noch Klaus-Rüdiger May und Cora Stephan anzusprechen, wenn es tatsächlich, also ich fantasiere jetzt, zu einem AfD-Verbot kommt und sagen wir mal 30, 32, 33 Prozent der Bevölkerung haben diese Partei gewählt. Was ist dann los? Das möchte ich aufwissen. Ich gebe zu, ich kann das kaum glauben, dass sie sich das wirklich anmaßen, die Partei und ihre Wähler zu verbieten letztendlich. Das ist so demokratieunwürdig. Ich kann es mir kaum vorstellen, obwohl mittlerweile so furchtbar vieles vorstellbar geworden ist. Sie sind verzweifelt, das ist völlig klar. Sie kommen nicht dran an diesen starken Wählerzuspruch und sie ahnen wahrscheinlich auch, dass die CDU als erstes umfallen wird, weil sonst nur die Perspektive bleibt, mit SPD und Grünen zusammen zu operieren. Das wird auf den Dauer nicht gut gehen. Das weiß man in der CDU ja auch längst. Und nun kommt auch noch Maaßen mit seiner Werteunion. Das wird schon noch alles sehr spannend und auch sehr lustig und hoffentlich nicht so traurig, dass sie wirklich eine gigantisch große Wählerschicht schlicht und ergreifend desavouieren. Um was anderes geht es ja da nicht. Also diese Idee, Sie werden es nicht wagen, jetzt mal aus DDR-Perspektive betrachtet, Klaus-Rüdiger May, die hat ja noch einen anderen Geschmack. Also man hat es ja 1956 gesehen, man hat dann 1989 das Gegenteil erlebt. Also wohin tendierst du? Also ich finde, es lässt sich sehr schwer prognostizieren aus einem Grund, weil man so ein paar Indikatoren nicht auf dem Tisch hat. Denn was wir immer ein bisschen jetzt ausgeschlossen haben, es geht ja nicht um ein reines Verbot in einer Republik, die wirtschaftlich prosperierend ist, sondern wir haben ja eine immer größere Verwerfung in diesem Land. Wir haben eine Deindustrialisierung, die stattfindet. Die Leute werden bevormundet. Sie sehen, dass sie immer mehr Geld bezahlen müssen für alles Mögliche bis hin zur CO2-Bepreisung. Sie merken, dass es wirtschaftlich immer schwieriger wird. Sie merken, dass die innere Sicherheit verloren geht. Sie merken, dass die Infrastruktur zusammenbricht, Stichwort Deutsche Bahn. Das heißt, wir sehen ein in sich zusammenbrechendes Land. Und das ist objektiv darstellbar, dass es so ist. Das ist jetzt keine Panikmachung, keine Hysterie. Das sehen die Leute tagtäglich. Und da es aber nicht besser ist und da die Regierung immer weniger begreift, was eigentlich geschieht in diesem Land, weil sie in ihren Vorstellungen, in ihren Utopien leben und meinen, sie müssen jetzt nur durch einen Flaschenhals durch. Dann ist es klar mit der Klimaneutralität und dann wird das hier alles utopisch aufblühen, wie man es sich niemals hätte vorstellen können, weil sie glauben, sie müssen nur durch so ein ganz kleines Stück gehen, tote Zone und dann wird alles besser. Werden sich hier die Widersprüche noch verschärfen und ich meine, dass sich Wählerinteressen, die nicht mehr vertreten werden, dann auch Vertreter suchen und ich meine, dass das deutsche Parteiensystem auf Treibsand geraten ist. Also wir sehen die Veränderungen, die stattfinden und wenn sie die AfD verbieten, haben sie einmal das Jahr 1949 erreicht, als 1950 erreicht, als die SED und die Nationale Front mit dem gemeinsamen Wahlvorschlag kam. Dann hat man in diesem Staat ein Stück weit die Demokratie ramponiert und das führt dann dazu, dass die Widersprüche, die Auseinandersetzungen in diesem Land sich nicht mehr demokratisch kanalisieren lassen. Sowohl den Medien aber vor allen Dingen den Kräften in der Politik, in der Regierung, man kann sie nur davor warnen, diesen Schritt zu gehen. Es ist ja kein Zufall, dass dem Bauern so viel Zuspruch entgegenkommt. Das liegt dir sicherlich daran, dass also so viele Kleinstädte viel verstehen von dem, was hier gerade in der Landwirtschaft los ist. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man die Lage sieht, erkannt hat und sich eigentlich darüber freut, dass Traktoren auf der Straße einfach viel mehr Power entwickeln, als wenn man den Wasserwerfern solidarisch entgegenwankt. Das ist doch klar. Gleich zu den Bauernprotesten noch eine Frage zum AfD-Verbot, denn es ist ja auch in der Diskussion sozusagen eine Version light. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe das zum ersten Mal aus dem Munde von Werner Patzelt neulich gehört. Der sagte, ja, also dann könnte man ja ein Verwirkungsverfahren, also eine Entrechtung, also bestimmte Leute, bestimmte AfD-Politiker werden entrechtet, die verlieren ihre bürgerlichen Rechte, die dürfen gar nicht mehr sich wählen lassen und alles das nicht und das scheint schneller zu gehen. Das kann man auch im Einverfahren betreiben, nicht wahr? Also ich habe gehört, dass es jetzt so eine Initiative geben soll, die darauf gerichtet ist, Björn Höcke irgendwie die politischen Grundrechte zu entziehen. Es gibt in der Tat so eine Vorschrift im Grundgesetz, die nicht so wirklich angewendet worden ist, die setzt aber, glaube ich, erhebliche Verurteilungen voraus. Das geht nicht einfach so. Deswegen würde ich daran nicht denken. Aber es gibt in der Tat eine Vorstufe zum Parteienverbot. Das ist auch wieder zum Verzweifeln. Das ist die Möglichkeit, dass eine Partei nicht verboten wird, aber dass ihr wegen angeblicher Verfassungsfeindlichkeit muss auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden, die staatliche Finanzierung entzogen wird und dass entsprechend dann auch Spenden nicht mehr steuerlich abgesetzt werden können. Das ist das, was mit der NPD passiert ist. Das ist im Grunde ein Skandal, dass es das gibt und es ist noch ein größerer Skandal, dass das Bundesverfassungsgericht das selber sozusagen eingeführt hat. Das kommt auch aus dem zweiten NPD-Verfahren von 2017. Da hätte das Bundesverfassungsgericht die NPD gerne verboten, konnte es aber nicht, weil es wusste, dass dann die Bundesrepublik Deutschland vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt werden würde, weil eben die NPD viel zu schwach war, als dass sie eine Staatsgefährdung hätte repräsentieren können und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja Verbot geht nicht, aber der verfassungsändernde Gesetzgeber könnte ja zum Beispiel die Finanzierung von Verfassungsfeinden entsprechend vorsehen im Grundgesetz und dem ist man gefolgt, hat das Grundgesetz geändert und es gibt jetzt diese Zwischenstufe zwischen Parteiverbot und Nicht-Parteiverbot, die nicht mehr staatliche Finanzierung einer verfassungsfeindlichen Partei und das ist auch deswegen ein Skandal rechtsstaatlich, weil der Rechtsstaat lebt von dem binären Code von legal oder illegal. Also jede Handlung ist entweder das eine oder das andere und es kann nicht sein, dass eine Partei als solche zwar nicht illegal ist, nicht verboten ist, aber sie wird doch irgendwie rechtlich missbilligt, sodass man sie diskriminieren darf, dass die Diskriminierung erwünscht ist. Das ist ein Riesenproblem. Aber davon abgesehen, die Leute, das ist auffällig, jetzt Bauernproteste, vorher die Sache mit dem Heizungssetz, die protestieren ja nicht aus irgendwelchen Ideologien, Reichsbürgerideologien, was man den Leuten danach sagt, sondern die demonstrieren ja und protestieren aus Existenzangst, ja, das ist mit Händen zu greifen und ich glaube, die Politiker haben inzwischen gemerkt, dass die großen Transformationen, die sie durchzusetzen versuchen, dass die nicht zu machen sind, solange es eine organisierte Opposition in Deutschland gibt, denn dafür gehen diese erwünschten Transformationen zu sehr gegen das Interesse von Millionen von Menschen, die dann also kein Fleisch mehr essen können, die nicht mehr Auto fahren können und die im Winter ihre Stuben nicht mehr heizen können. Ich weiß nicht, ob das nur Existenzangst ist. Ist es nicht vielleicht auch eine wiedererwachte Vernunft? Ich meine, wir haben einiges erlebt seit 2015. Wir haben diese sogenannte Panik-Pandemie erlebt. Wir haben erlebt, was hier alles von oben angeordnet werden kann, welche Zwänge hier ins Spiel gebracht werden können und ich denke, das ist auch etwas, dass man sehenden Auges sieht, die Industrie wird an die Wand gefahren, auch die Demokratie wird an die Wand gefahren und nun kommt auch noch die Landwirtschaft und sagt, also Leute, hier ist jetzt mal gerade Schicht im Schacht, hier geht nichts mehr, wenn das so weitergeht, mit einer Politik. Sorry, es gibt Leute, die sagen, dahinter steckt ein großer Plan. Ich glaube das nicht, dahinter steckt so viel tölpelhafte Dummheit, das ist alles nicht zu fassen. Du kannst nicht, nachdem du die Bauern schon beschimpft hast, als Leute, die dafür gesorgt haben, dass Corona uns malträtiert, das hat Renate Kühner doch ernstlich behauptet, die Art, wie unsere Lebensmittel produziert würden, wären ein Grund für Corona. Sie werden beschimpft als Dummdödel, als Subventions-Heinis, dies, als dies, als jenes, sie vergiften die Böden und das Grundwasser und was weiß ich noch immer. Also das ganze Gezeter geht ja schon seit Jahren so und jetzt kommen die auch noch und versuchen an zwei Schrauben gleichzeitig zu drehen, dass man einen Steueranteil auf dem Diesel zurückbekommt, ist keine Subvention und dass man Traktoren und Anhänger zur Kfz-Steuer herbeiziehen will, ist sowas von lachhaft, wenn du dir anguckst, wie weit der Weg vom Gehöft auf das nächste Feld über den nächsten Feldweg ist. Du kannst das nicht begründen damit, dass sie also auch ihren Anteil leisten müssen an der Erhaltung der Straßeninfrastruktur. Das ist alles Irrsinn. Also das merken die Leute auch. Ich finde, es wäre eine tolle Zeit für Theater. Wenn wir wieder ein politisches Theater hätten, könnte man doch jetzt den gesamten Moliere aufführen. Also Habeck beispielsweise, der Bauer als Edelmann oder Lauterbach, der eingebildete Kranke oder die Mediensituation, Arthur Müller, Hexenjagd. So, man könnte frisch wieder aufführen und zwar Biedermann und die Brandstifter mit Hammersleuten als Brandstifter. Es ist das Material in der Wirklichkeit da für Theater. Aber die Theater werden alle subventioniert und die beißen sich in die Hand, die sie füttert. Das ist doch so. Ich habe aber noch eine Frage an Herrn Foskerau. Die AfD wird ja beispielsweise in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingeschätzt. Dafür muss es ja eine Grundlage geben, also Gutachten, womit man das begründet. Hat die Presse das Recht vom Verfassungsschutz die Grundlagen ihrer Entscheidung abzufordern? Davon sollte man ausgehen, schon nach Informationsfreiheitsgesetz. Nun haben wir nicht in Sachsen, sondern in Thüringen den interessanten Fall, dass dort die Einstufung als gesichert rechtsextreme Bestrebung auf ein ziemlich dickes Gutachten gestützt wird, das der Landesverfassungsschutz aber nicht herausgibt. Weil er sagt, dann können die ja merken, wie wir arbeiten und so. Das ist also noch strittig. Das ist, glaube ich, auch noch vor den Gerichten. Also jedenfalls die Koinzidenz kann man ganz deutlich feststellen, ob es eine Kausalität ist. Muss man dann überlegen, dass die Einstufung als gesichert rechtsextreme Bestrebung immer erfolgt ist bisher, wenn die AfD entweder stärkste Kraft war bei Umfragen oder der stärksten Kraft, typischerweise der CDU, dann gleichgezogen ist. Also immer wenn das in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen passiert ist, war oft schon vier Tage später dann Peng diese Einstufung als nunmehr gesichert rechtsextrem da. Ob das auch in Hessen der Fall ist, wenn sie mal gleich stark wird wie die CDU oder so, das müsste man dann mal beobachten. So, wir sprachen von den Bauern und mir ist eine kabarettistische Brücke eingefallen, nach allem, was über das Entziehen der Finanzierung gesagt wurde von Ulrich Vosgerau. Man hat ja da diese Vorstufe des Verbots, dass man denen einfach die Finanzierung entzieht. Vielleicht will man auch einfach diesen rechten Bauern die Finanzierung entziehen, denn darum geht es ja jetzt mit wirtschaftlichen Drangsaalen, die da angewendet werden und das mit den rechten Bauern. Das habe ich gehört im Deutschlandfunk und in vielen anderen Medien. Die Taz zum Beispiel, die hat geschrieben, dass die Bauern noch nie frei waren von rechten Einstellungen. Also diese ganzen Bauernproteste sind doch einfach ein Ausdruck der rechten Gesinnung, nicht wahr? Das ist wirklich das uralte Lied. Die Leute haben überhaupt nicht mitbekommen, was in der Landwirtschaft in den letzten 30, 40, 50 Jahren passiert ist. Als ich jung war, meine Eltern aufs Land gezogen sind und ich mit dem Schulbus fahren musste, da war das doch so, ja, diese verhockten Bauern. Die Kinder, die stinken nach Schwein und Rind. Also es war wirklich eine richtige harte Ablehnung der Bauernkinder. Und was ich so da mitgekriegt habe an landwirtschaftlichen Verhältnissen, war auch nicht immer hübsch. Also das Tierwohl war jetzt nicht gerade so der heiße Scheiß, an den sich die Bauern orientiert hätten. Aber es ist in dieser Zeit so viel passiert. Nicht nur, dass viele Bauernstellen verschwunden sind, sondern auch, dass die so viel produktiver geworden sind. Das ist einfach unfassbar. Und die sind heute auf einem ganz hohen Niveau produktiv. Das heißt, sie könnten auch Aufgaben der Natur- und Kulturpflege übernehmen, wenn man sie dafür bezahlen würde. Aber genau das will man offenkundig nicht. Es gibt übrigens ein ganz tolles Buch zum Thema. Heißt die Klimakuh von Florian Schwinn. Und da wird halt gesagt, Kühe auf Weideland, auf Grünfläche, 70 Prozent aller Freifläche ist Grünfläche. Grünfläche heißt, das ist Zeugs, das kann kein anderer Magen von dauen, als das der Kuh, die gleichzeitig damit Flurpflege betreibt. Es ist doch hochinteressant. Man könnte aus all diesen Dingen etwas schmieden, was unserem Land wesentlich besser täte, als schon wieder in irgendeinem uralten Wald Windkraftanlagen zu bauen oder einen guten, dunklen, schwarzen, schweren Acker mit Solar kaputt zu machen letztendlich. Also ich will nur mal der Vollständigkeit halber, da wir ja einen Sender für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind, erwähnen, dass wir hier von deutschen Bauern sprechen. Das heißt von Bauern zumindest in einem EU-Land. Es gibt da sehr charakteristische Unterschiede. In der Schweiz ist der ganze Bereich Landwirtschaft etwas anders organisiert, etwas anders aufgestellt und schwer vorstellbar, dass solche Proteste dort auf diese Weise stattfinden. Wobei diese Proteste ja, natürlich, sie gehen jetzt von den Bauern aus, die werden als rechts geframed, die haben was mit Boden zu tun. Jeder denkt dann sofort, ah ja, Blut und Boden und es geht ja alles rasend schnell in den Synapsen mancher Medienleute. Aber es sind ja nicht nur die Bauern, es haben ja sehr viele andere Berufsgruppen sich beteiligt, weil es einfach eine Riesenunzufriedenheit ist mit der Regierung. Und dieses Ausmaß ist natürlich, ich will nicht sagen eine Premiere für Deutschland, aber es gewinnt ein Momentum. Die Frage ist, ist das eine Zäsur? Wird das nächste Woche wieder beendet? Die fahren wieder zurück mit ihren Traktoren und vielleicht kriegen sie ja die Benzinsteuer da zurück. Aber trotzdem haben wir jetzt eine Art von Proteste erlebt, die ja auch was Bleibendes haben könnte. Was glaubt ihr? Ich denke, da das stattgefunden hat, ist das ins öffentliche Bewusstsein gekommen. Und das heißt, wir sehen, dass das möglich ist. Wir sehen auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, absurde Vorhaben der Regierung auch zu stoppen. Jetzt ist noch nichts gestoppt, ich weiß das. Aber wenn mehrere Berufsgruppen sagen, okay, jetzt machen wir auch einen Streik und diese Streiks finden zur gleichen Zeit statt, dann ist das kein politischer Generalstreik, der in diesem Land nicht möglich ist. Zumindest die Verfassung ist, wenn ich das richtig sehe, Herr Foskerau, da ein bisschen uneindeutig, aber es gibt dann eine Nachjustierung. Rechtlich nicht möglich. Aber viele aus wirtschaftlichen Gründen geführte Streiks sind ja möglich. Und man zeigt dadurch auch, der Bürger hat ein Recht, sich gegen Maßnahmen der Regierung im demokratischen Rahmen zu wehren. Und das allein löst ja bei den Leuten was aus, nämlich die Erkenntnis, sie haben mehr Rechte, als sie denken. Ich hoffe das. Aber wenn ich zurückdenke, Pegida, redet niemand mehr drüber. Es ist gelungen, Pegida friedlich-freundliche Proteste in Grund und Boden zu stampfen, mit den bewährten Methoden, dass das alles rechtsradikal und sonst was ist. Dann die Corona-Demonstration. Davon redet auch niemand mehr. Auch das ist etwas, was eine Zäsur ist, frierend im Wasserwerfer zu stehen. Ich meine, 68 FF, da standen ganz andere im Wasserwerfer und nicht ältere Herrschaften, die diesen Notstandsplan der Regierung nicht befürworten. Es ist natürlich so, allein der Anblick dieser Traktoren, das ist natürlich ein absolut starkes Bild. Und ich glaube, das sitzt dann vielleicht doch ein bisschen tiefer. Und es kommt was hinzu. Wir haben ja erlebt, wie die Proteste der Bauern geframt worden sind in den Medien. Und die Medien verlieren rapide an Glauben und Einflussmöglichkeiten dadurch. Man kann das nur begrüßen. Ulrich Fosgerau, noch eine Vermutung, was aus den Protesten wird. Ja, es ist immer schwer, in die Zukunft zu sehen. Die Bauern haben angekündigt, dass sie weitermachen werden, wenn ihnen nicht nachgegeben wird. Es ist ganz schwer, das zu sagen. Also ich glaube zu bemerken, dass wir jetzt eine qualitative Änderung ganz einfach haben, weil die Bürger zum ersten Mal bemerken, deswegen würde ich durchaus an meiner Existenzangstthese festhalten, wie es an ihre Substanz geht. Die Leute merken zum ersten Mal, dass diese Moral, die propagiert wird, auf sie durchschlägt und dass sie in Zukunft nicht mehr Auto fahren können, schon in ein paar Jahren, weil sie es nicht mehr leisten können, dass sie nicht mehr in Urlaub fliegen können, weil das vielleicht sogar verboten wird, dass Fleisch ein seltenes Luxusprodukt wird und dass vor allem das Heizen schwer wird. Vor einigen Tagen ging ja die Meldung durch die Medien, dass bestimmte Energiekonzerne, jetzt wo die Wärmepumpe sich allmählich durchzusetzen beginnt, angekündigt haben, der Preis für den Heizstrom wird jetzt mal eben verdoppelt. Und dass er ganz abgestellt werden kann, das hat ja das Wirtschaftsministerium schon vor einigen Monaten dann gesagt, wenn zu viel Strom gebraucht wird. Also die Leute merken, es geht an ihre Substanz. Ich hatte mit Leuten zu tun, denen hat ihre Vermietungsgesellschaft, das war auch noch eine Genossenschaft ausgerechnet, die ja sonst als besonders mieterfreundlich gilt. Die hatte denen geschrieben, also es muss jetzt im Rahmen dieser Gesetze, die es jetzt gibt, um die Wirkung von Heizung zu effektuieren, muss jetzt auch ihre Heizung untersucht und eingestellt werden. Und das hat dann unter anderem zur Folge, dass man Räume nicht auf mehr als 21 Grad heizen kann. Das ist natürlich Quatsch, das steht bisher in keinem Gesetz. Aber wenn Leute, denen das gesagt wird, die waren auch schon fortgerückten Lebensalters, ihr werdet eure Wohnung nicht mehr auf mehr als 21 Grad heizen können, das berührt einen schon existenziell. Die Leute merken, es ist irgendwie Schluss mit lustig. Deswegen würde ich hoffen, dass sich was tut. Cora Stephan hat gerade Corona erwähnt, als ein Beispiel für etwas, was war und an das wir uns kaum noch erinnern. Also das glaube ich nicht. Viele Kontrafunkhörer erinnern sich natürlich sehr gut und für die ist es nicht vorbei. Aber es hat zu tun mit einer Meldung dieser Woche, nämlich es hat sich ja immerhin für ein paar Matadoren der Maßnahmen gelohnt, da immer impfen, impfen, impfen zu machen. Nämlich sie bekriegen jetzt das Bundesverdienstkreuz. Also Lothar Wieler und der andere da, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, die werden geehrt für ihre großartige Tätigkeit, Klaus-Rüdiger May. Ich kann eine andere Geschichte erzählen, die genau an diesem Punkt ansetzt. Und zwar, der Herr Drosten hat in Berlin einen Preis wieder mal bekommen und dann hat, und das war ernst gemeint, von der Moderatorin, die hat dann gezeigt, eine Grafik, und da sah man zwei Kurven auf dieser Grafik. Die eine Grafik waren die Preise, die Herr Drosten bekommen hat, und die andere Kurve war die Pandemie-Kurve. Und man sah, dass die beiden parallel verliefen. Das heißt, umso in Anführungsstrichen härter die Pandemie zuschlug, umso härter die Maßnahmen waren, umso mehr Preise bekam auch Herr Drosten. Und natürlich macht man die Tür zu bei der Pandemie. Natürlich bekommt der Herr Wieler einen Preis, weil diese ganze Pandemie-Geschichte hat ja auch noch einen Effekt. Man hat schon mal probiert, wie man das so mit Notstandsgesetzen machen kann. Und weswegen ich Aufarbeitung der Pandemie wichtig finde, ist nicht nur ein antiquarisches Interesse, was ist geschehen, nicht nur ein Interesse der Feststellung von Verantwortlichkeiten im Sinne des Rechtsstaates, sondern das Infektionsschutzgesetz beispielsweise ist noch in Kraft. Das heißt, die Gesetze und die Verordnungen, die man erlassen hatte, die ja auch einen Demokratieabbau bedeuten, die müssen zurückgenommen werden. Ja, Sie haben schon mal geübt für die Zukunft. Und das hat ja auch ein Jurist geschrieben auf dem Verfassungsblog. Er hat ja geschrieben, warum nutzen wir denn nicht das Instrumentarium, was wir gewonnen haben in der Pandemie, für die noch größere Krise, für die Klimakrise, die uns doch wesentlich härter trifft. Das heißt, die Überlegung, wir haben jetzt ein Instrumentarium, das wir für andere Notfälle in Anführungsstrichen einsetzen können, das ist eine Vorstellung, vor der mir graust, offen gestanden. Zu den fabelhaften Instrumentarien, die man zur Sicherheit einsetzt, gehört ja unter anderem die NATO, der Nordatlantikpakt. Und das soll die letzte Meldung für heute sein, der schwedische Zivilschutzminister hat in dem Zusammenhang jetzt gesagt, also es könnte einen Krieg in Schweden geben, weil die angeschriebte NATO-Mitgliedschaft auf eine Eskalation im Verhältnis mit Russland hinauslaufen könnte, würde. Also das gehört ja zu den fabelhaften Paradoxien der Politik heute. Die Sicherheit führt zum Krieg. Also statt Sicherheitsgewinn bringt die NATO-Mitgliedschaft eine Kriegsgefahr mit sich. Die NATO-Mitgliedschaft, die Schweden jetzt anstrebt, das haben die ja gemacht in Reaktion eben auf die russische Invasion in der Ukraine. Das bricht mit einer 300-jährigen Tradition der Neutralität, die in Schweden immer sehr hoch gehalten worden ist und trifft, soweit mir erkennbar, dennoch nicht auf öffentliche Proteste. Es scheint in Schweden auch nicht mehr diesen naiv-pazifistischen Standpunkt zu geben, den es ja in der Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren noch gegeben hatte. Das heißt, die Schweden scheinen also gute Gründe zu sehen. Es scheint auch weiterhin konsertiert zu sein, dass die jetzt in die NATO rein wollen, weil sie eben sehen, dass Russland gelegentlich in Nachbarländer einmarschiert. Also ich habe da jedes Verständnis für. Ich sehe auch nicht, dass man durch ein Wegbleiben aus der NATO die Sicherheit Schwedens erhöhen könnte. Diese vermeintliche Erhöhung der Sicherheit würde ja dann darauf beruhen, dass die Russen sich nicht provoziert fühlen und dann vielleicht von der Aggression absehen. Aber das wäre kein besonders sicherer Frieden. Der Frieden sollte dadurch gesichert sein aus Sicht eines jeden einzelnen Landes, auch der Bundesrepublik, dass eben potenzielle Feinde, Länder, die manchmal aggressiv auf Nachbarländer losgehen, das hat Russland seit 1994 jetzt immer wieder getan, dass die nach Möglichkeit abgeschreckt werden, dass die es nicht wagen. Dazu dient die NATO-Mitgliedschaft. Ich sehe, wie gesagt, in Schweden eigentlich überhaupt keine öffentliche Opposition dagegen. Die Schweden sind damit einverstanden. Und du auch, wie ich höre. Ja, ja, ich auch. Natürlich. Also ich denke, dass wenn jetzt hypothetisch die Amerikaner und die NATO, das sind ja Befürchtungen, die gehegt werden, wenn Herr Trump aus der NATO-Austritt, hat man immer gesagt, es gibt da das berühmte Beispiel, dass der Sicherheitsberater Bolton wohl in einer Situation den Trump nur um ein Haar davon hat abhalten können, aus der NATO auszutreten. Das könnte er jetzt nicht mehr, denn gerade in Reaktion auf diese Szene, die es da gegeben haben soll, haben Republikaner und Demokraten schon während der letzten Legislatur in den USA ein gemeinsames Gesetz auf den Weg gebracht, dass also ein Präsident nicht aus der NATO austreten könnte, sondern dass das in den beiden Legislativkammern, ich glaube sogar mit Zweidrittelmehrheit erstmal beschlossen werden müsste. Also diese Gefahr ist insofern ein bisschen abgemildert worden. Aber wenn es denn tatsächlich gelingen würde, die Amerikaner und die NATO aus Europa sozusagen herauszudrängen, was ja scheinbar auch schon im NATO-Nachrüstungsstreit das eigentliche Ziel damals der Sowjetunion gewesen war, dann hätten wir Deutschen, dann hätten wir Europäer das Problem. Die Amerikaner hätten nicht das Problem, die sind weit weg von Russland, die müssten sich im Grunde keine Sorgen machen, ob Russland gelegentlich mal expansive Tendenzen hat. Wir hätten das Problem und deswegen ist es unser starkes Interesse, dass Amerika und dass die NATO in Europa drin bleibt und er stärker wird als schwächer, um eben ein Abschreckungspotenzial zu haben gegen Expansionsversuche und gegen Versuche, die Politik mit Gewalt, die Selbstbestimmung der Völker mit Gewalt zu beeinträchtigen. Also ich muss schon sagen, wenn man sich so die Bilanz amerikanischer Intervention in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann wird da eingegriffen völkerrechtswidrig rauf und runter. Also dass die NATO ein reines Schutzprojekt wäre gegen Russland, was expansiv sei, das sehe ich so nicht. Russland kann auch nicht mal die gesamte Ukraine besetzen und der Kuratel halten. Es funktioniert schlicht nicht. Da wird auch wieder ein Popanz aufgebaut und ich bin zwar keine Pazifistin, aber ich bin auch keine Kriegstreiberin. Ich finde, man müsste das schon mal ein bisschen genauer betrachten, bevor man den Heiligschein der NATO anhängt. Nee, nee, es geht nicht um Heiligschein. Ich habe nicht gesagt, dass die NATO heilig ist, sondern das ist bis auf Weiteres, jedenfalls solange wir keine Kernwaffen haben, meines Erachtens in dringendem deutschen Interesse ist, die USA als Schutzmacht zu behalten. Wir können nicht zwischen verschiedenen Schutzmachten pendeln, das liegt in der Natur der Sache. Wir können auch keine Äquidistanz zwischen den USA, Russland und China halten, denn dazu müssten wir eine Großmacht, eine Atommacht sein, um das auszubalancieren. Da wir keine Atommacht sind, brauchen wir eine Atommacht als Schutz und da ist USA meines Erachtens immer noch die beste Alternative. Ich sehe in China oder Russland keine wirkliche Alternative dazu und eine muss es geben. Wir können gar nichts, das muss man mal ganz klar sagen. Die Bundesrepublik kann sich selbst noch nicht mehr verteidigen. Also sie kann sozusagen nur in einem Bündnis halbwegs überleben, aber das Problem ist, dass sie damit natürlich von amerikanischen Interessen abhängig ist und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht eine gute Idee gewesen wäre, mit Russland ein halbwegs vernünftiges Verhältnis zu haben. Also die Ukraine-Geschichte, da sage ich auch, das sind zwei sehr, sehr scharfe Seiten eines Messers. Jetzt haben wir auf den letzten Metern dieser Sendung noch ein sehr wichtiges Thema angekratzt, aber mehr als ankratzen können wir es nicht. Es lohnt sich natürlich, dass wir es weiterführen und vertieft diskutieren. Ein andermal, das verspreche ich, für heute muss ich sagen, das war die Sonntagsrunde am 14. Januar 2024. Danke Klaus-Rüdiger May, Cora Stephan und Ulrich Voskerau für die angeregte und pointierte Diskussion und Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Und bitte denken Sie daran, jetzt gilt es, Werbung für den Kontrafunk zu machen. Alles mögliche Material dazu finden Sie zum Selbstkostenpreis unter shop.kontrafunk.radio im Internet. Zeigen Sie es allen, dass es den Kontrafunk gibt, unabhängig, freiheitlich, aus der Schweiz. Nächste Woche spreche ich mit der Historikerin Gudula Walterskirchen in Österreich, dem Finanzpublizisten Mark Friedrich in Deutschland und dem Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht in Stanford, Kalifornien. Dann werden wir sicher auch über amerikanische Zustände und vielleicht auch über die NATO sprechen. Ich bin Burkhard Müller-Ulrich und wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. und verwendet Ihnen Ich bin ULT-Ulrich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018